Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 im Singleplayer-Projekt auf der Schönefelsbrunnen. Ja, ich habe in der Zwischenzeit hier einen Auftrag angenommen und zwar das Feld Nummer 11 düngen bringt uns 3818 Euro. Ja, der ist hier dabei. Dann, ich habe einen Helfer für das Feld 19 einzigen Weizen eingestellt. Und, ähm, ja, und neue Mods habe ich auch mit reingenommen und zwar den schönen MP-Trag von, ähm, wie heißt er noch einmal, vom Fritz. Ja, äh, ich habe mir so vorgestellt, damit wir den Agrostar 661 verkaufen und aus dem Ertrag den neuen MP-Trag kaufen. Oder halt uns gut schreiben. Was machst du? Ich stelle den mal schnell ein und dann wechseln wir den Traktor. Ja, ich stelle den Schiattig. 18, das können wir auch akzeptieren. Und Habe ich nicht den Multi-Ding drauf. Okay, dann muss ich den noch mit drauf. Dann fahre ich den schnell aufs andere Feld drüber und dann gehen wir den Agrostar zurückgeben oder Holz verkaufen und dann, ja, holen wir uns den neuen MP-Trag. Liebe Grüße gehen an den von Fritz raus. Eine gute Arbeit hat er geleistet. Wieder einmal. Respekt an den Modler. So. Wenn ihr coole Mods habt oder halt empfehlen könnt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Okay. 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 Das müssen wir noch an-ausbessern. So, den gehen wir jetzt mal zurückgeben. Ja, und dann schauen wir weiter, was wir zu machen haben auf den Feldern, dann können wir eigentlich vorspulen. Ja, und dann schauen wir weiter. Bringt uns 86.000 Euro. Verkauf einen Juice und jetzt kaufen wir uns den schönen MP-Truck. Holbalken mit Klima. So, und Ladeanbau und natürlich schöne dicke Reifen. Kaufen. So. Ja, ja, Hut nur. So. Der ist bei der Hälfte. Der ist da und hier ist unser schöner Traktor. Hört euch mal den schönen Sound an. Ja, dann lass uns weitermachen. Und zwar. Was haben wir jetzt zu machen? Ja. 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 So, dann, wie weit ist der, 92%, und dann können wir das Feld 17 noch. Bist aber nicht fertig, mein Kollege. So, jetzt ist fertig. Abschließend Dankeschön. Jetzt Feld 17 akzeptieren. Und ja, weiter geht's. Was machst du hier? Gut, ich frage gar nicht. Und dann können wir eigentlich ein bisschen vorspulen und dann können wir eigentlich unsere Feiler noch fertig nehmen und dann können wir vorspulen bis sie fertig sind und dann können wir sie ernten. So, dann lassen wir uns einmal einen Drehschirm kaufen oder mieten. Jetzt wollen wir noch einen Schneider verwelzen. Wir nehmen einen Kredit auf und dann zahlen wir das Geld zurück. So, Schneiderxwagen. Verkaufen wir den wieder und kaufen uns einen anderen. und zwar den. Den Rest zahlen wir später dann zurück. Und zwar. 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 Und jetzt können wir endlich nach Hause fahren. Und ja. Und jetzt können wir endlich nach Hause fahren. Und ja. Vorsicht, eben, final gehen wir nach Hause fahren. So, dann stellen wir den in die Garage, schauen, wie es mit den Feldern aussieht, ob wir vorspulen können und dann, ja, ist auch die Folge schon wieder zu Ende. So, den stellen wir mal so hin. Was ist du jetzt? Ach so, ist leer, aha. Dann gehen wir das schnell auffüllen und wieder ans Feld stellen zum Arbeiten und ja. Ich Vielen Dank. So, X, dann können wir dieses Verhältnis schon abschließen. Ne, und ja. So, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen und schaut das nächste Mal wieder vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!